Ich habe da hinten ein unberührtes Stück Wald gefunden. Wunderschön. Schnell, das müssen wir zubetonieren. Ich schmeiß sofort meinen Mischer an. Da ist Platz für zehn Einfamilienhäuser. Aber wir bauen nur ein großes drauf. Können wir ganz Deutschland versiegeln? Jo, wir versiegeln das. Das alles nächste Woche bei Bob die Umweltsau. Bauarbeiter, können wir da...